Was für was, Joel? Habe ich mir aber mehr erhofft. Probierst du es nochmal? Heitag angestimmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Joel Doing Australia. Ich bin übelst außer Atem, weil wir gerade hier diesen Berg hochlaufen. Ich muss kurz Pause machen, ich kann gerade nicht reden. Die erste Etappe ist geschafft und es ist super windig. Ich hoffe, der Schwamm reicht aus, um den Ton einigermaßen gut zu machen. Und ich bin jetzt mal drauf umgestiegen, wieder mit der GoPro zu filmen, weil ich einfach keine Zeit habe, um ordentliche Videos zu schneiden. Deswegen gibt es leider erstmal wieder nur noch Vlogs, aber naja, für euch halt. Aber jetzt erstmal dazu, wo wir gerade sind. Und zwar befinden wir uns hier im Kings Canyon, was ungefähr 150 Kilometer nördlich vom Ulluru ist, wo wir das letzte Mal waren, also im letzten Video. Und hier gibt es einen 6 Kilometer langen Rimwalk, wo man oben auf der Spitze der Schlucht läuft. Der Schlucht? Man kann zwar nicht auf der Spitze der Schlucht laufen, aber wir machen es einfach. Ne, also an den Rändern läuft man oben entlang. Und es war bis jetzt relativ anstrengend, aber es gibt jetzt einen, glaube ich, relativ entspannten Walk hier lang. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig froh, hier zu sein. Ich habe, ganz egal wo ich in Australien war, immer wieder mit Leuten geredet, die meinten, wenn du in der Mitte von Australien bist, im Outback, geh zu Kings Canyon. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Also hinter mir könnt ihr ja auch diese Schluchten sehen. Und auch in die Richtung hier. Und es geht einfach wahnsinnig weit da hinten runter. Und dieser ganze Stein sieht eigentlich aus, als wäre alles aus Bauschaum. Das ist eigentlich das Lustigste dran. Aber es ist auf jeden Fall echt mega schön. Mega. Ich fange schon wieder an mit mega. By the way, wir haben einen Hashtag, den jeder von uns unter jedem Bild postet, was wir so hochladen bei Facebook oder Instagram. Und zwar ist es Offroad Tour. Nee, Offroad Convoy 2017. Und zwar wird das 2017 mit einem K geschrieben. Also 2K17. Offroad Convoy 2K17. Und weil wir so Offroad sind, ist uns der Mainstreamweg durch die Berge hier echt einfach zu mainstreamen. Deswegen klettern wir gerade hier entlang und wollen da runter. Und der Rest von uns ist da oben. Ich habe mich auf den Arsch gesetzt und habe mich seit... Seit... Ha? Ruf, du Sau! Nee, das ist mein Rucksack. Ich übel zu. Geh aber rückwärts. Ist das mal ein bisschen behindert, was wir hier machen? Ein bisschen? Nein. Alter, sieht das fett aus hier. Lohnt sich auf jeden Fall. Das hat sich richtig gelohnt. Da unten ist der Rufen. Ach, guck mal. Oh, die anderen sind auch hier. Das ist jetzt echt ein bisschen dumm hier. Du kannst doch hier oben rüber, theoretisch. Ja, ist so. Lass mal oben lang gehen. Wie oben lang? Ja, hier würden wir uns hier oben lang. Kommen wir da nicht lang, wo du? Ja. Kommen wir da nicht lang, wo du? Kommen wir da nicht lang, wo du? Kommen wir da nicht lang, wo du?